Musik So jo, was geht ab einem youngererspartner ist und herzlich willkommen zu einem weiteren Blackout 2 Live kommt heute wir sind unterwegs in Herrschaft auf Express mit der AN94 und der 7654 So heute gehen wir auf die Triple Nuklear Ihr habt es euch ja so sehr gewünscht Dass ich nochmal auf die Triple gehen soll Heute gehe ich auf jeden Fall drauf Habe eine ganz okaye Lobby gefunden muss ich sagen Und auf Express Na manchmal kann es sein, dass man da richtig viele Kills macht Aber manchmal ist es auch der größte Abfuck Deswegen bin ich echt gespannt Ob wir hier überhaupt so viele Kills machen können Dass man die Triple Nuklear überhaupt sozusagen erreichen könnte So Wir brauchen natürlich erstmal den Orbit Das ist natürlich ganz klar Mein Team rennt zum Glück nicht direkt Zu B Okay Drohne raus Gucken wir mal da hinten Nice Okay komm Wo hängen sie? Da hängt einer Ach du Kacke Ach du Scheiße Okay bei B Nice Ein vor Orbit oder so Jawohl Orbit Nice Jungs Perfekter Anfang Perfekter Anfang Wirklich perfekt Läuft 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 Ey es läuft gerade richtig gut man Jetzt muss ich einfach nur ganz gechillt die erste Nuklear klar machen Oh Gott Er spielt schon Remington Oh Gott richtig der hässlicher ey Okay er hat ihn geholt Nice Danke Teammate Alter wie kommt ihr denn hier gerade hin gerusht man Okay Orbit wieder raus Nice Es läuft gerade einfach perfekt Ich bin schon unnachgiebig WTF Alter Den eben stumm Nein Ey kann es sein dass sie unbedingt B beschützen wollen Oh Gott ey Ich laufe mal hinten eben rum Auch wenn ich dann ein bisschen Zeit verliere Aber das ist gerade echt mir viel zu krass da in der Mitte Nice Nein nicht sterben brutal Oh es läuft gerade perfekt Jungs Sehen holen wir uns noch Orbit wieder Jawohl Ich brauche jetzt den Orbit Äh die Nuklear Wie viele Kids noch Zwei Ja komm ich hau Orbit Nicht dass ich jetzt noch Dumm ein von Nuklear oder so sterbe Nuklear Ich mache jetzt noch den nächsten Orbit klar Und dann geht es zur nächsten Nuklear Oh mein Gott was läuft hier gerade Scheiße 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 Fuck Egal weiter Wir haben noch zwei Minuten Zeit Die nächste Streak aufzubauen Es läuft gerade so verdammt gut Und das auf Express alter Heilige Scheiße Er holt mich Er holt mich einfach Als wäre er keine Ahnung wäre Krass Okay eine Minute 30 Ich darf das jetzt nicht so Mega ernst nehmen eigentlich Damit ich hier jetzt noch ganz gechillt Den nächsten Orbit erspielen Das ist nämlich ganz wichtig Da ich jetzt den nächsten Orbit hinkriege Das ist so wichtig Keine Ahnung Jawohl Vielleicht sind die ja so gut Und nehmen A ein Ich lasse die da einfach mal Okay bei Alpha ist jetzt einer Nehmt ein Nehmt ein Komm Okay kurz vor dem nächsten Orbit Nice Zwei Kills noch zum Orbit Kommt schon Jungs Dann habe ich noch ein bisschen Zeit Die Streak aufzubauen Orbit Orbit Jawohl Nein Nimm doch nicht ein Jungs Oh Mach doch keinen Flachs Alter Was machen die da Ich sterbe Mann Ich sterbe Egal Jungs Weiter geht's Ich darf echt nicht aufgeben Erste Nuklear habe ich so krass erspielt Oh shit Die müssen gleich einfach nochmal alle zu B kommen Die ganze Zeit Dann habe ich noch eine Chance Das zu erspielen Oh Fuck it Egal 48 Vier erste Halbzeit Komm Jungs Ich habe noch Orbit EMP Ich muss jetzt einfach richtig schnell die Nuklears schaffen Vielleicht Vielleicht wird es ja noch eine Triple Ich weiß es nicht Es müssen dann zweimal Zwei Minuten 30 Nuklears werden Es wird so unnormal schwer werden Aber vielleicht wird es was Ich weiß es echt nicht Ich werde alles geben Jungs Ich werde einfach alles geben Und der 6 5 4 3 So Jungs Jetzt zur Triple Es wird jetzt so geschwitzt Ich werde keine einzige Flagge einnehmen Ich hoffe dass mein Team Bisschen mitspielen wird Was ich zwar bezweifle Aber vielleicht habe ich ja auch mal Glück So Orbit raus Und jetzt auf die Triple kommt Jetzt wird komplett geschwitzt Nice Es fängt schon mal gut an Es fängt schon mal gut an Okay Da oben kommen sie Ah den wollte ich ihm noch klauen Ach du Heilige Oh Gott Da kommt einer Nice Da kommt der nächste Jawohl Kommt Jungs Kommt Meine Teammates dürfen einfach nicht die Flaggen einnehmen Das ist mega wichtig Das ist wahrscheinlich das wichtigste Bei der Streak jetzt hier Oh Gott Okay Hier ist einer Ach du Kacke Leicht veraimt ey Leicht veraimt Nice man Die sind wieder bei B Oh shit Okay Ey was machen die Fuck Jawohl Skrupellos Zack Nächsten Oh wo soll ich hin Wo soll ich hin Wo soll ich hin Kann ich jetzt viele Kids machen Nice Orbit habe ich wieder Habe ich noch Gegner Ja Gegner habe ich noch Kommt Jungs Pushen 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 Unachgiebig Ich muss mich pushen jetzt Okay Oh Gott Alter wie die kommen Wie die alle kommen ey Kommt 2 Minuten 48 man Ich muss mehr Tempo geben Okay die kommen da Brutal Okay den holt sich der Teammate Komm ich muss mich beeilen Nice Da wieder ein Gegner geholt Jawohl Nuklear 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 2 Minuten Bitte Jungs Ich muss jetzt so Pushen Ich muss pushen Ich muss pushen Oh mein Gott Jungs Ich muss jetzt einfach Alles riskieren Alles riskieren Zack Ich muss alles riskieren jetzt Kommt Okay Geht er raus Oh Turn on Wichtig 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 Nein Ich bin down Ich bin down Jungs 1 Minute 30 Das schaffe ich nicht mehr Auf Express Egal Jungs Ich werde auf jeden Fall Noch mal auf die Triple Nuklear gehen Wollt ihr mehr Dass ich auf die Triple Nuklear gehe Ich möchte wirklich jetzt Dass sie dann eine Bewertung da lässt Ich würde mich riesig freuen Ich würde mich riesig Für 3000 likes Schaffen wir das Jungs Ich habe einfach die Erste Nuklear so krass Gemacht Ich würde mich riesig Für eine Bewertung Von euch freuen Ich habe zwar jetzt nicht Geschafft Ich werde aber noch Weiter drauf gehen Wenn ihr jetzt mir noch Eine Bewertung Und alles da lasst Ich würde mich riesig Freuen wie gesagt Ich werde noch Ein paar mal drauf gehen Dass es wirklich Einmal noch richtig Knapp wird 91.6 auf Express Ich habe noch mal Eine richtig gute Lobby gefunden Ich hoffe es hat euch gefallen Ich würde mich Wie gesagt Ich würde mich riesig Für 3000 likes freuen Ich gehe auf jeden Fall noch Auf die Triple Bis es so ein Wirklich so ein Double Nuklear und brutal ist Dann höre ich auf Dann wird auch Once Warfare draus sein Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst einen Daumen nach oben Da 91.6 auf Express Ich hoffe es hat euch gefallen Das ein nettes Kommentar da Und das war es von mir Habt noch einen schönen Tag Und haut rein